So Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich bin ein bisschen zurückgelaufen und zwar gehe ich mal jetzt den anderen Weg, weil ich habe die Befürchtung, dass dann vielleicht das Kapitel vorbei ist, wenn ich den anderen Pfad da gehe. Ich bin mir nicht sicher, aber ich möchte halt nichts auslassen. Deswegen gehen wir jetzt diesen Felsenpfad, also Felsenpfad heißt der, den was wir vorher halt übersehen haben. Okay. Alter, der hat mir fast das ganze Leben umgezogen. Aber ich glaube, da wartet auch immer auf jeden Fall jemand. Boah, what the fuck, man. What the fuck? Was ist gerade passiert, man? Alter, der hat mir fast das ganze Leben umgezogen. Ach toll, jetzt muss ich da den ganzen Weg zurück, weil man kann nicht da waren. Kann ich reißen? Und zwar nicht wirklich weit. Die ist safe. Wir einschützen, Alter. Das war's mit dem auch. Ja, Tempeleingang ist es glaube ich nicht. Tempeleingang ist das hier. Ja. Ja. Das war's für heute. Ah... ist das eine kraft alter oder saugapfel ok da ist egal was für ein jump mühsamme scheiß viecher alter ich hasse diese diese fernkampf viecher alle sind kleine viecher alter das sind mehrere von denen da dahinter ist natürlich auch gefährlich aber ich würde ihn aufhalten da steht einer hinter dir wir sind jetzt alter ab und zu verstehst du das geben dass er von der steuerung für durchsicht idiot bin und er spuckt mich aber von der seite an das sieht einfach aus wir werden hier gleich was großes auf mich zuklaufen komm wieder hier geister funken ok da ist noch irgendwo ein buddha oder? geister essen da ist auf jeden fall auch einer die schaut ja auch wie ein kleiner aus alter das waren aber jetzt nicht alle ich will hier einfach alles zerstören er ist riesig alter aber ich glaube es verbraucht es nicht komplett also es verbraucht schon ein bisschen aber eine ganze und der ist für mich gefährlicher hier wir sind glaube ich die weiblicheren krattern aha die hat sich gerade gehalten ja man kann sich nicht mehr decken mit seinem scheiß ding alter wiss ich man da ist noch irgendwo so ein safe point das eine wo ich vorher war eine brücke na schon wieder im kopf alter digga chill doch mal ich würde jetzt gerne mal nachschauen wo ich überhaupt hin muss es kann sein dass es hier weiter geht muss es aber nicht das was ich hauptsächlich suche ist eigentlich das Pferd was ist das was ist das für alter das ist wie ein das ist wie ein was ist das was ist das alter what the fuck was ist das alter what the fuck wiv hallo 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 wot 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 Ah, ist halt jetzt so auf Legsessen. Jetzt habe ich so einen weiteren bekommen. Bärskelett. Na gut, einfach ein Wasserfall als Sand. Aber da geht unser Weg anscheinend nicht weiter. Wahrscheinlich doch nicht der richtige Weg sein. Ein Buller haben eingesammelt. Hinten geht es glaube ich nicht weiter. Das ist eine viel zu große Fläche, Alter. Ich bin mir sicher, dass es so ein Steilviech ist. Ich habe es gewusst. Die Sterne in der Vorhaut, Alter. Ich kann auch nicht mehr zu zweit. Ich kann auch mal aus demасen. Das ist mit einer der Vorhaut. Oh shit, alter. Oh, miss. Miss, alter. Das Problem ist einfach, wenn du keine Mana hast, dass du irgendwelche Fähigkeiten einsetzen kannst, dann bist du in dem Game so cool wie Marshal da. Weil dann gestaltet sich jeder Kampf so viel schwieriger. Das Problem ist einfach, wenn du keine Mana hast, dann bist du in dem Game so cool wie Marshal da. Das Problem ist einfach, wenn du keine Mana hast, dann bist du in dem Game so cool wie Marshal. Das wird nichts. Oh man. Warte, wir sehen uns beim nächsten Mal weiter. Ciao.